Das Kabel ist voll verdreht. Oh, das T-Shirt ist auch cool. No, was ist denn jetzt? Oh, bitte. Ja, passt schon. Alles gut. Leute, I am ready. What about you? Ähm... 26.07. 18.28 Uhr. Oh, okay. Okay, das machen wir jetzt mal auf die Schnelle. Mist. Ich hab gedacht, der hätte direkt nach der Cutscene gespeichert. Hat er nicht. Verdammt. Verdammt. Okay. Leider nein, leider gar nicht. Äh... Gut, dann bringen wir uns direkt einmal in Stimmung. Da kann ich gar nicht reden. Da kann ich gar nicht reden. Da habe ich die Ohren. Nee, ich bin auf der Straße. Das geht so nicht. Never. So... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das Spiel heute abknirrt. Ich weiß auch nicht. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Gefühl habt? Mit seinem super weißen Anzug. Jetzt gehen wir ab. Bim, bim! Exit! Head to Apartment! Yes! Please! Ah, die Klasche steht da drauf. Call it in night. Okay, das haben wir schon mal gesehen, deswegen skippe ich das. Oh no! Ich zieh mal eben um. Bis gleich. Jo! Okay, da vorne stehen die ersten Yakuza. Okay. Hallo? Da geht's nicht lang. Hey, did something happen? The whole town's been crawling with the Yakuza since daybreak. They must be out looking for somebody. They're pissed too. It sucks to be the guy there's after. Ja, danke. Ich guck mal, ob ich vielleicht einen cooleren Weg finde als beim letzten Mal. Okay, da stehen sie auch. Okay, kann ich nicht skippen, schade. So, wieder zurück. Wippee! Ja, komm. Ja, ist ja gut jetzt. Ich will das skippen. Gut. Kann ich das? Nein, kann ich nicht mehr. Mano! Ja. Bitte ganz anders auspolt. Wie bitte trankst du dich. Alter. Die Wand. Was ist ja ... Jennifer. Oder was? So, das war der. Und der letzte. Aber bisher geht's uns noch gut. Oh no. Oh no. ... ... ... ... ... ... Schön mit der Werbetafel! Nice! Nice Zack He should go in Coco Hey! Hey Hey Hey! Nee, nicht. Tjaguchi geht's nicht gut, nein? Oh, gib ihm. So. Okay. Passt das von der Lautstärke? Also bin ich lauter als das Spiel, oder ist das Spiel zu laut? Tjaguchi! Ey, 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 ey. Komm schon, zwei Mal noch. Okay. Okay. Morimoto ist auch Geschichte. Fuck. Aber das schaffe ich einfach nicht, das ist so schnell. One minute. Ja, genau. Tjaguchi, ja. Erledigt. Das war Janu. Das war Janu. Das war Janu. Ja. Der ist mir zu schnell, das ist nicht gut. So, Janu. Ja, ein bisschen hat er noch. Das war ich. Moshima. Immer noch leben. Boah, das gibt's doch nicht. Wie langsam bin ich denn bitte? Was? Was? Sie kaufen ja so ein ganzes Dachziebelkopf, wie die das rein und aus. Was? Ja. Wo? Hier? Hier oben, ja. Da muss nur riesige roten Festplätze auf dem Dachboden sein. Ja, geil. Und nun? Was? Wo ist das denn da? Nun müssen wir Bescheid sagen. Warum? Ja, weil die hier doch reinkommen. Wo sollen die denn reinkommen? Ja, vielleicht durch die... Nein, aber die kommen doch bestimmt hier durch die...durch die Ding. Nö, ist doch Panade, oder? Die ist da, nicht da. Ja, aber trotzdem sollte man vielleicht unserem Vermieter Bescheid sagen. Das muss ich sicher machen, wenn du weg bist. Ja, und warum erzählst du mir das dann? Ja, das ist so wichtig, wenn du da draußen gehst. Ach so. Ja, ich wusste jetzt gerade nicht, was du von mir willst. Also, ich habe das dann nur aus dem Kontext jetzt nicht verstanden. Warte mal. Das habe ich aber gerade wirklich nicht verstanden. Okay, ähm, 100... Das geht nicht. Das geht aber nicht. 急st du weg! Aufhöhung! Wer? Wer? Warte mal. Aua. So, das war Nummer 1. Hallo, Ray! Was war für dich bisher der schlimmste Bosskampf? Dieser Witz wird so alt! Dieser Witz ist so alt! Hallo, David! Herzlich willkommen! Was war für dich bisher der schlimmste Bosskampf? Wollen wir mal mitnehmen? Oh, bisher geht's noch. Ich schlag mich besser als am Sonntag. Ja, 30 Sekunden, genau. Huh. Ja, lol. Äh, war in einem RPG, aber ich weiß nicht mehr in welchen. Auf jeden Fall hat es ein bis zwei Stunden gedauert, um ihn zu besiegen. Oh, ich hasse solche. Solche Bosse hasse ich, hell. Sehr gut. Ah, komm schon. Komm schon. Ich muss sehen, Typen mit dem... Äh, warte. Ich versuche momentan so viele Nebenmissionen wie möglich in Assassin's Creed Syndicate abzuschließen. Und puh, das mit dem Boss kommt darauf an, ob es schwer im Sinne von lange gedauert hat oder versuchen. Je nachdem, was für dich schwer ist. Also für mich zum Beispiel schwer ist ein Boss, wo ich mich halt richtig geärgert habe, weil es einfach nicht funktioniert hat. Also, es war eine Kombination aus schwer im Sinne von lange und schwer im Sinne von Mechanik. Aua! Also bei mir war es auf jeden Fall die Kombination aus beiden. Also bei mir war es auf jeden Fall im Sinne von Oh, geschafft! Also wenn es nach Versuchen geht, dann... Yu-Gi-Oh! Der Trap... Der Kapitel mit Noah, wo man... Weg 5 plus zum Schluss Noah... 20 Zügen schlagen muss. Au, ja! Ich erinnere mich, ja. Ja, 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 ja. Ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe das mal gesehen und das sah richtig übel aus. Ja. Alles ohne Speicherpunkt. Yare, yare! Ich geh doch weg! Ich geh doch weg! Das ist nix. Ich geh doch auf! Oh, ich muss erst die kleinen machen. Also die kleinen. Die kleinere Gegner! Oh, mein Gott! Scheert! Die kleine Katarung. Ich geh doch weg! Ich geh doch weg! Ich geh doch weg! Vielen Dank.